Der Plan ist grausam, die Täterinnen sind skrugellos und ausgehen tut das Ganze auch ganz und gar nicht gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, handelt von Marlene Ochoa Uroyo Stegui. Ich werde den Namen nicht nochmal voll sagen, das war's, merkt ihn euch. Marlene wurde am 16. November 1999 geboren. Die Familie von ihr, die stammt aus Mexiko, aber in den USA, da erhofft sich Marlens Vater ein besseres Leben für seine Kinder. Und in der Nähe von Chicago, da findet die Familie schließlich dann eine neue Heimat und hier wächst Marlene schließlich auf. Die Eltern waren zuerst da, sie mussten die Kleine ein paar Monate sogar zurücklassen, haben sie dann aber nachgeholt. Und jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Marlene ist ein fröhliches Mädchen, sie hat viele Freunde, sie findet immer einen Grund zum Lachen und sie gibt sich Mühe. Sie weiß, was ihre Eltern auf sich genommen haben, um ihr ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie lernt viel und sie bringt auch gute Leistungen. Sie hat auch einen Traum, sie möchte Modedesignerin werden und sie ist bereit, hart dafür zu arbeiten. Mit 15 allerdings, da lernt sie ihren Freund Giovanni kennen. Und die beiden, die sind bald schwer verliebt. Das gerät natürlich schon ein bisschen der Karriere in die Quere. Die beiden heiraten nämlich nur wenig später, 2017. Und Marlene wird schwanger, sie bringt einen kleinen Sohn zur Welt. Marlene aber, die lässt sich davon nicht aufhalten. Sie ist fest entschlossen, trotzdem ihren Weg zu gehen. Sie hat immer noch ihren Traum, sie möchte immer noch Modedesignerin werden. Und sie ist voller Selbstbewusstsein. Sie setzt ihre Ausbildung fort, sie arbeitet weiterhin an ihrem Traum und irgendwie kriegt sie das auch alles gebacken. Also meine absolute Hochachtung, das schaffen echt nicht viele, aber Marlene scheint eine von denen zu sein, die sich wirklich durchbeißen. Sie geht also weiter zur Schule, während Giovanni einen Job annimmt, um seine kleine Familie zu ernähren. Die beiden haben natürlich jetzt kein Luxusleben. Die schlagen sich gerade so mal durch. Aber, naja, die Zukunft scheint ja besser zu werden, wenn Marlene aus der Schule raus ist und auch mitarbeiten kann. Die beiden sehen die Zukunft also rosig. Drei Jahre später, Marlene ist jetzt 19, wird sie erneut schwanger. Ich nehme mal an, es ist keine geplante Schwangerschaft, aber Marlene und Giovanni, die freuen sich trotzdem. Zwischen den beiden läuft es ganz gut, auch wenn sie mal streiten, aber im Grund und Ganzen funktioniert das. Marlene geht nach wie vor zur Schule. Giovanni arbeitet hart. Die beiden wissen, dass es schwierig wird. Kinder kosten Geld und natürlich suchen sie auch nach Möglichkeiten, günstig an benötigte Dinge zu kommen, wie zum Beispiel Babysachen. Und so landet Marlene in einer Facebook-Gruppe, die genau dafür da ist. Dort werden Babysachen ausgetauscht und abgegeben. Also wer was nicht mehr braucht, der verkauft es günstig oder verschenkt es sogar. Oder es wird getauscht. Das ist auch keine kleine Gruppe. Sie hat über 30.000 Mitglieder. Und es geht natürlich nicht nur um Materielles, sondern in der Gruppe werden halt auch fleißig Tipps und Tricks ausgetauscht. Man bekommt Ratschläge. Man kann sich ein bisschen ausweinen, ein bisschen auskotzen, wenn was nicht so läuft. Man kann seine Ängste diskutieren. Denn man findet halt immer einen Gesprächspartner, einen Ansprechpartner und jemand, der bereit ist zu helfen. Jemand, der Ähnliches schon durchgemacht hat oder sich zumindest gut reinversetzen kann. Es ist also so eine Elterngruppe, wo man sich gut austauschen kann. In dieser Gruppe lernt Marlene jetzt viele neue Leute kennen. Und eine davon ist Clarissa. Clarissa ist schon älter. Sie ist 46. Sie ist somit weitaus lebenserfahrener als Marlene. Sie hat auch schon mehrere Kinder großgezogen und jetzt gerade ist sie mit einem kleinen Nachzügler schwanger. Wie Marlene auch erwartet sie schon bald einen kleinen Jungen. Aber Clarissa, die hat auch vor kurzem einen wirklich schweren Schicksalsschlag erlitten. Ihr jüngster Sohn Xander ist verstorben. Er war 20 zu dem Zeitpunkt, ist angeblich an einer natürlichen Todesursache verstorben. Wir wissen nicht genau, was es war. Aber, naja, das hat Clarissa sehr, sehr schwer getroffen. Das hat sie nur sehr schwer verkraftet. Ihr Plan ist es auch, den kleinen Jungen, den sie erwartet, erneut Xander zu nennen. Also so wie den Sohn in Gedenken an den verstorbenen Bruder. Ob das jetzt eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Aber, ja, das muss ja jeder machen, wie er denkt. Clarissa jedenfalls ist sehr glücklich über ihr Baby. Sie postet fleißig in dieser Facebook-Gruppe. Jedes neue Ultraschallbild wird gepostet. Das neu eingerichtete Kinderzimmer wird gepostet. Es wird einfach alles geteilt. Sie ist einfach, sie sprudelt über vor Freude und, ja, teilt einfach alles. Am 5. März 2019 postet sie dann auf Facebook die Frage, wer außer ihr noch im Mai entbinden wird. Und Marlene, die meldet sich auf diesen Post. Ihr Termin ist am 5. Mai. Und das schreibt sie eben in die Antworten. Und so kommen die beiden halt zum ersten Mal in Kontakt. Und als Marlene dann später in die Gruppe fragt, ob jemand vielleicht Babyklamotten günstig verkauft, da meldet sich Clarissa und bietet ihr ein paar Sachen an. Sie wird sie ihr sogar schenken. Die hat ihre Tochter über von ihrem Baby, das sie bekommen hat, weil die hatte irgendwie so zwei Babypartys. Und da hat sie richtig viele Sachen bekommen. Die kann sie gar nicht alle brauchen. Ja, ein bisschen komisch ist das schon. Sie erwartet ja selbst ein Baby. Also Clarissa, man sollte meinen, dass sie die Sachen selbst gut gebrauchen kann. Das sind Jungs-Sachen. Sie erwartet auch einen Jungen. Aber vielleicht sind da auch so viele Klamotten, dass sie die noch teilen kann. Marlene, die freut sich natürlich über die Gelegenheit. Alles, was sie nicht kaufen muss, ist eine Riesenhilfe für sie. Sie sagt gerne zu. Die beiden vereinbaren ein Treffen am 1. April. Und Marlene, die soll die Babysachen bei Clarissa abholen. Clarissa allerdings, die hat ganz andere Pläne. Sie zieht ihre Tochter Desiree ins Vertrauen, denn sie braucht ihre Hilfe bei diesen Plänen. Wenn Marlene am 1. April nämlich vorbeikommt, dann hat Clarissa nämlich gar nicht vor, ihr irgendwas zu geben. Ganz im Gegenteil, sie will ihr etwas wegnehmen. Und zwar ihr Baby. Denn die Sache mit Clarissas Baby, die stimmt gar nicht. Die ist voll und ganz gelogen. Und helfen soll ihr bei diesen Plänen ihre Tochter Desiree. Die ist 25, also erwachsen. Sie sagt ihr, sie soll ihr dabei helfen, Marlene zu töten und ihr das Baby aus dem Bauch zu schneiden. Ich glaube, was Clarissa bewegt, ist einigermaßen klar. Sie hat ihren Sohn verloren. Sie kommt darüber nicht weg. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach nicht zurechnungsfähig ist. Sie ist natürlich total verrückt. Also nicht, dass das irgendwie was entschuldigen könnte. So richtig nachvollziehen kann ich es auch nicht. Ich kann mich da auch nicht hineinversetzen. Aber naja, es ist irgendwie eine Erklärung. Es ist etwas, was man schon gehört hat. Also, dass Leute verrückte Dinge tun, nicht unbedingt so verrückte Dinge. Aber ja, wenn sie mit dem Verlust eines Kindes nicht klarkommen. Soweit. Also, so gut, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich müsste die Tochter jetzt sagen, Moment, das können wir nicht machen. Du brauchst Hilfe. Also, naja, also ich an ihrer Stelle wäre erst mal total aus den Latschen gekippt. Hätte sie augenblicklich einweisen lassen. Also, für mich wäre klar, okay, die Mutter ist total aus der Bahn. Die braucht Hilfe. Die braucht, weiß ich nicht, eine Therapie oder was auch immer. Das Letzte, was mir eingefallen wäre, ist zu sagen, ja, okay, super, klar, so machen wir das. Aber, und das ist für mich so ziemlich das Unbegreiflichste an diesem ganzen Fall, Desiree tut nichts dergleichen. Im Gegenteil, sie erklärt sich mit diesem Plan einverstanden. Warum auch immer. Am 1. April 2019 also klingelt Marlene an Clarissas Tür, um ein paar Babysachen abzuholen. Clarissa öffnet ihr und auch Desiree ist da. Und der Freund von Desiree, der ist auch da. Er allerdings ist in diesem Periphidenplan nicht eingeweiht. Zumindest noch nicht. Als dann alle zusammen im Keller dann die Babysachen betrachten, also es gibt wirklich Babysachen, da fällt dem Freund aber doch auf, dass seine Freundin und seine Schwiegermutter sich irgendwie total komisch verhalten. Sie gehen in einen anderen Raum, sie tuscheln. Und er merkt, dass Desiree total aufgeregt ist. Sie zittert am ganzen Körper. Das kennt er von ihr so nicht. Und deswegen nimmt er sie dann zur Seite. Er fragt sie, was los ist, woraufhin sie mit dem Plan ihrer Mutter herausplatzt. Er ist natürlich fassungslos, vermutlich auch ein bisschen ungläubig. Meinen sie das jetzt ernst? Wer würde so einen Plan aushacken? Also wie ernst soll er das nehmen? Aber 1. macht der Desiree eindrücklich klar, dass er sofort die Polizei rufen würde, sollten sie auch nur versuchen, diesem Mädchen ein Haar zu krümmen. Daraufhin beginnt Desiree zu lachen. Sie sagt sowas wie, haha, 1. April, 1. April, 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 reingefallen. Es endet damit, dass Marlene diese Babykleidung erhält und das Haus unversehrt verlässt. Okay, an dieser Stelle möchte ich hier kurz noch einwerfen, dass es einen anderen Bericht gibt. Und in dem ist es nicht Desirees Freund, der die Sache hier verhindert, sondern es ist der Freund von Clarissa. Eigentlich würde das auch mehr Sinn machen. Warum sollte Desirees Freund beim Austausch von Babyklamotten dabei sein? Soweit ich weiß, wohnen er und Desiree auch nicht dort, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Und am Ende wird auch Clarissas Freund Peter, oder Piotr, aber er wird, glaube ich, Peter genannt, und der wird verurteilt, während von Desirees Freund keine Rede mehr ist. Andererseits hat diese Verurteilung natürlich nichts mit der Situation vom 1. April zu tun. Tut mir leid, das ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt. Die erste Version, also dass Desirees Freund anwesend ist, die habe ich öfter gehört. So oder so, für Marlene ist dieses Treffen jetzt ziemlich gut gelaufen. Sie hat, was sie wollte, und von den düsteren Plänen hat sie nichts gemerkt. Diese Pläne allerdings, die sind damit nicht vom Tisch. Clarissa ist fest entschlossen, und als sie sich erneut an Marlene wendet und ihr dann auch noch einen Kinderwagen anbietet, den sie angeblich nicht mehr bräuchte, da freut Marlene sich natürlich total. Ein Kinderwagen, der fehlt ihr tatsächlich noch dringend, und das ist eine super Gelegenheit. Und so vereinbart sie einen erneuten Termin mit Clarissa. Am 23. April fährt sie dann nach der Schule also erneut zu Clarissas Haus. Sie fühlt sich überhaupt nicht bedroht, sie ahnt anscheinend nicht, sie hat kein ungutes Gefühl oder so. Und als Clarissa sie hereinbittet und ihr was zu trinken anbietet, da nimmt sie das natürlich gerne an. Desiree, auch wieder da, die holt ein Fotoalbum hervor, während Clarissa in die Küche geht, und sie zeigt Marlene Fotos von ihrem verstorbenen Bruder Xander. Währenddessen allerdings kommt Clarissa wieder aus der Küche, Marlene sitzt auf dem Sofa mit dem Rücken zur Küche. Clarissa schleicht sich von hinten mit einem Kabel in der Hand an die junge Frau ran. Sie legt ihr das Kabel um den Hals und zieht sie zu. Und Marlene, die wehrt sich. Sie kämpft mit all ihrer Kraft, sie schafft es sogar, ein paar Finger zwischen Hals und Kabel zu bringen. Aber, naja, die beiden sind zu zweit. Desiree, die guckt erstmal nur doof, sage ich jetzt. Sie macht keinerlei Anstalten einzugreifen. Erst als Clarissa sie anherrscht, ihr sagt, sie soll doch ihren Job machen, und sie soll was tun. Da packt sie dann Marlenes Hand, sie zieht die Finger einzeln unter dem Kabel hervor. Ja, also Marlene hat wenig Chance. Es dauert fast fünf Minuten, dieser Todeskampf. Er endet damit, dass Marlene sich einnässt. Und das ist für Clarissa das Zeugnis, dass sie endgültig tot ist. Denn das hat sie so im Internet gelesen. Also sie hat zuvor gegoogelt, woran erkennt man, dass jemand, der stranguliert wird, stirbt oder wirklich tot ist. Und einnässen ist offenbar ein untrügliches Zeichen. Zumindest laut Clarissas Suche. Also ich habe das auch kurz, nicht sehr ausführlich gegoogelt. Ich kann dazu nichts finden. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber, naja, es stimmt auf jeden Fall. Marlene ist tot. Und jetzt muss es schnell gehen. Mit einem großen Küchenmesser schneidet Clarissa der Toten den Bauch auf. Sie holt das Baby samt Plazenta raus. Sie legt den kleinen Buben in einen Plastikeimer. Und dann kümmern sich die beiden um Marlene. Die beiden Frauen verstauen den leblosen Körper in einem großen Müllsack. Sie schleppen ihn in den Garten und schmeißen ihn dort einfach in die Mülltonne. Danach eilt Clarissa wieder ins Haus. Sie wählt den Notruf. Sie sagt, sie hätte gerade ihr Baby entbunden, aber es atmet nicht. Das stimmt auch. Der kleine Junge atmet nicht. Als die Ambulanz dann eintritt, steht sie mit dem inzwischen total blau angeläufernden Baby in der Auffahrt, wartet auf die Ambulanz. Ihre Hände und ihr T-Shirt sind voller Blut. Das ist jetzt wenig überraschend, denn angeblich hat sie ja gerade entbunden. An ihrem Unterkörper allerdings gibt es keinerlei Spuren davon, dass sie eben gerade entbunden haben soll. Also da ist auch kein Blut oder sonst was. Die Sanitäter achten da im ersten Moment natürlich nicht darauf. Die packen Mutter und Kind ein und fahren die ins Krankenhaus. Der kleine Junge wird dort beatmet. Es ist allerdings zu spät. Er ist noch am Leben, aber er weist keinerlei Gehirnaktivitäten mehr auf. Er ist also wohl hirntot. Aber er wird noch am Leben gehalten. Also die Hoffnung ist anscheinend noch nicht ganz verschwunden. Auch Clarissa wird untersucht und das Krankenhauspersonal stellt fest, sie hat überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sie gerade entbunden hat. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie überhaupt auch nur schwanger war. Aber sie wird entlassen. Sie geht nicht nach Hause, sondern schnurstracks zur Intensivstation, wo ihr Sohn liegt. Sie postet Fotos von sich mit dem Baby auf Facebook. Sie bittet die Leute für den kleinen Jungen zu beten. Sie hat ihm den Namen Xenlar gegeben. Er lebt noch, aber mit dieser Diagnose hat er natürlich eigentlich kaum Überlebenschancen. Trotzdem wird er noch einige Wochen lang am Leben erhalten. Also zu diesen Abläufen im Krankenhaus kann ich jetzt natürlich nicht viel sagen. Zum einen, warum nichts passiert ist, obwohl festgestellt wurde, dass Clarissa gar nicht entbunden hat. Warum sie zu dem Kind durfte. Warum anscheinend trotz allem niemand angezweifelt hat, dass es ihr eigenes Kind ist. Das ist mir überhaupt nicht klar. Das ist auch total ungeklärt. Also das ist auch die größte Frage, die sich so durchs Internet zieht. Und auch zu den medizinischen Details kann ich nicht viel sagen. Warum er jetzt am Leben erhalten wurde, wessen Entscheidung das war oder ob es da vielleicht doch noch Hoffnung gab. Vielleicht wurde die Diagnose Hirntod an sich doch erst später gestellt. Das ist alles nicht so ganz klar. Fakt ist jedenfalls, dass der Kleine noch gelebt hat und dass Clarissa und ihr Freund Peter als die Eltern galten. Beide, auch der Freund, posten Fotos auf Facebook und sie richten sogar eine Spendenseite ein, um Spenden für die Krankenhauskosten zu sammeln. Und sie sammeln auch an die 10.000 Dollar erst mal über diese GoFundMe-Aktion. Was genau damit passiert ist, weiß ich nicht. Ich nehme aber an, dass es letztendlich zurückgezahlt werden musste. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehört und da wurde das an die Spender zurückbezahlt. Ich denke, dass es in diesem Fall auch so enden wird. Auch über Peter oder Piotr wissen wir wenig. Er weiß definitiv, dass das nicht sein Kind ist. Natürlich, er weiß auch, dass Clarissa nicht schwanger war. Aber er schlägt keinen Alarm, er gibt das Kind als seines aus, er schweigt zu den Umständen, er akzeptiert das offensichtlich, dass das Baby jetzt da ist. Ob er sich darüber freut, ob er einfach seine Frau oder Freundin nicht verraten möchte, ob er Angst hat oder einfach so stumpf ist, dass ihm alles egal ist. Keine Ahnung. Er gibt das Kind als seines aus und schweigt zu den Umständen. Währenddessen ist diese Rehe dabei, die Spuren zu verwischen. Sie reinigt all die Blutflecken mit Bleiche. Sie fährt Marlenes Auto vom Haus weg. Das Handy von Marlenes wirft sie unterwegs, irgendwo aus dem fahrenden Wagen. Sie wird dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Also nicht beim Handy wegwerfen, sondern wie sie mit dem Auto durch die Gegend fährt. Das ist ein Beweis, den sie später vor Gerichten nicht wird widerlegen können. Natürlich bleibt Marlenes Verschwinden nie unbemerkt. Nachdem sie von Clarissa den Kinderwagen abgeholt hat, sollte sie eigentlich ihren kleinen Sohn aus dem Kindergarten abholen. Und als sie dort nicht auftaucht, da meldet sich der Kindergarten bei Marlenes Mutter und die meldet sich dann bei Giovanni, also dem Vater des Kindes. Der fällt natürlich aus allen Wolken. Er weiß nicht, wo seine Frau ist. Er weiß aber, es muss irgendwas passiert sein. Niemals hätte Marlen vergessen, ihr Kind aus dem Kindergarten abzuholen. Selbst wenn irgendwas dazwischengekommen wäre, hätte sie ihn verständigt. Seine erste Vermutung ist natürlich nicht, dass Marlen gekidnappt worden ist oder dass ihr irgendwas angetan wurde. Er denkt erstmal, vielleicht ist sie irgendwo umgekippt, vielleicht gibt es einen Notfall. Sie ist schließlich hochschwanger, sie soll in zwei Wochen entbinden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass das Baby schon kommt, zwei Wochen vorher. Das kann durchaus passieren. Und so denkt er erst, sie ist im Krankenhaus. Also entweder, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Kreislaufkollaps hatte oder sonst was oder eben, weil das Baby schon unterwegs ist. Vielleicht hat sie auch keine Möglichkeit irgendwie anzugeben, wer verständigt werden soll. Also er findet das jetzt nicht ungewöhnlich. Und die erste Maßnahme, die er und die Familie setzen, ist, alle Krankenhäuser in der Umgebung durchzurufen. Natürlich zuerst dasjenige, wo Marlen entbinden sollte. Da ist sie nicht, auch in keinem anderen Krankenhaus ist Marlen. Es ist auch keine unbekannte, schwangere Frau da, die wegen irgendwas anderem eingeliefert werden sollte. Also es stellt sich heraus, sie ist nicht im Krankenhaus. Ans Handy geht sie natürlich auch nicht. Sie hat niemandem Bescheid gesagt, dass sie noch irgendwas vorhätte. Es ist also schon sehr verdächtig. Keine Sekunde lang geht Giovanni oder die Familie davon aus, dass sie einfach irgendwie abgehauen ist oder irgendwo hingefahren ist, ohne Bescheid zu sagen. Das kann komplett ausgeschlossen so werden. Und so meldet sich Giovanni bei der Polizei und versucht seine Frau als Vermisst zu melden. Dort wird er allerdings nicht ernst genommen. Er soll noch 24 Stunden warten. Vermutlich wird sie wieder auftauchen, sagt man ihm. Giovanni weiß, dass das absoluter Blödsinn ist. Eine hochschwangere Frau geht nicht erst mal feiern, ohne sich bei jemandem zu melden. Wo sollte sie denn sein? Wo hätte sie hingehen sollen? Es gibt einfach keine Möglichkeit. Seine Frau ist auch überhaupt nicht der Typ dazu. Es muss etwas passiert sein. Und jetzt steht er da. Die Polizei sagt, ja, warte mal. Aber er weiß, hier stimmt was nicht. Er geht dann am nächsten Tag neu zur Polizei. Er meldet sie erneut. Vermisst diesmal wird das auch aufgenommen. Aber trotzdem tut sich nichts. Also die Polizei sagt, ja, ja, okay, wir gucken. Wir suchen sie. Aber ja, sie scheinen nichts zu tun. Und so beauftragt die Familie dann einen Privatermittler. Der soll helfen, die junge Frau zu finden. Und das Erste, was der macht, ist, er checkt ihre Social-Media-Seiten. Er stößt schnell auf die Facebook-Seite. Er stößt auf die Facebook-Gruppe, in der sie viel kommuniziert hat. Und er stößt auf die Kommunikation mit Clarissa. Er findet heraus, dass Marlene sich mit dieser Frau treffen wollte. Und dass sie danach nicht mehr gesehen wurde. Mit diesen Informationen geht Giovanni dann zur Polizei erneut. Und langsam, ganz langsam beginnt, diese nun zu ermitteln. Sie fahren zu Clarissas Haus und klingeln. Clarissa ist nicht zu Hause. Es öffnet ihre Tochter Desiree. Die gibt an, sie weiß von nichts. Sie sagt, ihre Mutter hat gerade ein Baby bekommen. Sie hat irgendwie Probleme mit den Beinen. Und sie ist deswegen gerade im Krankenhaus. Sie wird natürlich nach Marlene gefragt. Aber sie sagt, sie hat noch nie von ihr gehört. Sie weiß auch nichts von irgendwelchen Babysachen. Sie hat keine Ahnung. Die Beamten allerdings, die zählen jetzt dann doch zwei und zwei zusammen. Sie fahren ins Krankenhaus und sie wollen mit Clarissa sprechen. Clarissa, die sagt auch, sie hat keine Ahnung, wer Marlene ist. Und sie hat sie nicht gesehen. Sie hat auch ganz andere Sorgen. Sie hat ja jetzt ihr Kind empfunden. Das Kind ist krank. Dem Kind geht es nicht gut. Ja, also was wollen die überhaupt von ihr? Die Beamten allerdings, die kommen zu dem Schluss, dass hier irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und so veranlassen sie, dass DNA-Proben genommen werden, getestet werden sollen. Sowohl der kleine Junge als auch Giovanni. Und dieser Test, der wird tatsächlich ergeben, dass er der Vater des Babys ist. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das dauert natürlich eine Weile, bis dieses Testergebnis da ist in der Zwischenzeit. Da erwirken die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für Clarissas Haus. Am 14. Mai, es sind also fast drei Wochen inzwischen vergangen nach der Tat, da wird Clarissas Haus dann von der Polizei durchsucht. Und es wird so einiges gefunden. Im Haus gibt es jede Menge Spuren von Gegenständen, die eindeutig mit Bleiche gereinigt wurden. Es gibt unverhältnismäßig viele Reinigungsmittel im Haus. Es werden Blutspritzer gefunden, die niemand, der anwesend ist, erklären kann. Und im Garten, da treffen sie auf Peter, Clarissas Freund, und der ist gerade dabei, einen Teppich mit Bleiche zu reinigen. Sie stoppen ihn natürlich, sie sehen, dass der Teppich auch voller Blut ist. Aber noch während sie dabei sind, stehen sie vor der größten und wichtigsten Entdeckung. Sie riechen diese Entdeckung, denn Marlens Leiche, die befindet sich nach wie vor in der Mülltonne der Familie. Es ist unfassbar, dass sie die einfach in die Mülltonne schmeißen und dann dort stehen lassen. Also erstens der Geruch, das ist jetzt auch, die haben jetzt nicht einen weitläufigen Garten oder so, sondern das ist schon Haus an Haus mit kleinem Garten. Das müssten eigentlich auch die Nachbarn gerochen haben. Und ja, warum versucht man denn nicht, das irgendwie zu beseitigen? Warum haben die die nicht weggefahren irgendwo hin? Also es ist unverständlich. Die Leiche wird natürlich untersucht. Die Familie von Balaine hat nun traurige Gewissheit. Die junge Mutter, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, die ist tot. Alle sind am Boden zerstört. Aber sie haben noch nicht so richtig Zeit zu trauern, denn da ist noch das Baby. Clarissa, Desirée und Peter, die wurden inzwischen verhaftet. Clarissa und Desirée wegen Mordes und Peter wegen Manipulation von Beweismitteln. Der kleine Junge aber, der wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Der ist immer noch am Leben. Die Ärzte sagen auch, er wäre gesund, vollkommen gesund geboren worden, hätte man ihn nicht brutal aus dem Mutterleib geschnitten. Aber so hat er einfach keinerlei Überlebenschancen und er stirbt dann nach wenigen Wochen im Krankenhaus. Das heißt, genauer gesagt, am 14. Juni entscheidet sich die Familie dafür, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Man könnte jetzt sagen, zumindestens konnte die Familie ihn noch kurz kennenlernen, aber am Ende bleibt ihr nur, ihn gemeinsam mit seiner Mutter zu beerdigen. Es ist also ein schwacher Trost, würde ich mal sagen, wenn überhaupt. Passiert ist das Ganze 2019. Die Anklage wurde erhoben. Die drei Verbrecher sitzen im Gefängnis. Aber der Prozess, der wurde durch Corona verzögert. Er hat noch nicht mal begonnen. Es gab kleinere Verhandlungen, Vorverhandlungen. Aber es ist nicht mal ein Termin festgesetzt, wann der Prozess denn tatsächlich stattfinden soll. Malenz-Familie, die setzt sich für einiges ein gerade. Zum einen, dass junge Frauen, die schwanger sind, die Mütter werden, die nicht finanziell so gut dastehen, dass denen geholfen wird, dass sie eben Sachspenden und so weiter kriegen können über Organisationen und dass sie halt nicht über so Facebook-Gruppen gehen müssen und sich mit Fremden treffen müssen. Das tun sie, glaube ich, über eine Kirche. Und sie setzen sich für ein neues Gesetz ein. Dieses Gesetz soll besagen, dass Frauen, die in ein Krankenhaus kommen und sagen, okay, ich habe gerade ein Kind bekommen, dass die zwingend einen DNA-Test machen müssen, um festzustellen, dass das wirklich ihr Baby ist. Ob das durchgeht, weiß man nicht. Ob das sinnvoll ist, ist die Frage. Es wurde ja bei Clarissa auch festgestellt, dass sie eigentlich nicht im Bund haben kann, dass das Baby eigentlich nicht ihr sein könnte. Ich denke, es hätte gereicht, wenn das Krankenhaus da irgendwie eine Meldung gemacht hätte, eine Meldung hätte machen müssen, dann wäre das auch rausgekommen. Ist es eine schlechte Idee, so einen DNA-Test machen zu lassen? Vielleicht nicht unbedingt. Marlenes Mutter, die sagt auch in einem Interview, als sie gefragt hat, was sie für eine Strafe sich für die Mörder wünscht, da sagt sie Folgendes. Sie sagt, ich möchte nicht, dass sie die Todesstrafe kriegen. Ich möchte, dass sie für den Rest ihres Lebens im Gefängnis verrauten. Dem kann ich mich nur anschließen und lasse das mal so als Schlusswort stehen. Ja, dieser Fall ist extrem grausam. Wahrscheinlich hätte ich euch vorher warnen sollen, aber ich hoffe, ihr habt das trotzdem verkraftet. Der Fall ist unfassbar grausam und er ist auch absolut unverständlich. Er ist mir fast noch unverständlicher als die meisten anderen Fälle, die ich hier schon gemacht habe. Die Mutter, okay, habe ich vorher schon gesagt, die war vielleicht völlig aus der Spur. Die hatte einen Aussetzer. Die war einfach nicht sie selbst, sagen wir jetzt mal, halten wir ihr mal zugute, dass die Tochter das mitgemacht hat, dass die Tochter das nicht verhindert hat, dass die da keine Hilfe geholt hat. Das ist für mich der unverständlichste Teil an der ganzen Sache überhaupt. Auch der Freund, also Peter, der hat da mitgemacht. Ich glaube, der war auch nicht der Vater von Xander, also von dem verstorbenen Sohn. Dem kann man da, glaube ich, weniger so ein richtiges Trauma nachsagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das war einfach so eine richtige Pfeife, der zu allem Ja und Amen gesagt hat und der sich gegen nichts gewehrt hat. Das ist aber nur meine Vermutlung und meine Meinung. Ja, ich würde euch ja jetzt sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet. Müsst ihr aber eigentlich gar nicht, weil es ist völlig klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer da draußen sagt, ach ja, ist cool, war eine gute Idee oder sonst was. Trotzdem dürft ihr natürlich gerne eure Meinung dazu kundtun. Und hiermit schließen wir das Video für heute ab, würde ich mal sagen. Wenn ihr meine Videos mögt und noch nicht habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Auch einen Daumen hoch, Kommentare sowieso. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt True Crime Time. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020